Wir sind wieder zurück bei OlliOlli und machen weiter im dritten Level. Mit Dezentem Schluckauf. Punkte schon von 50.000, Combo von 10, ein Kickflip, zwei Tricks perfekt landen und einen perfekten Grind. Wie mache ich denn den Kickflip? Achso, das ist relativ simpel, alles klar. Das kann ich. Oder auch nicht. Was hier abgeht, ne? Das ist schon... Das war knapp. Wow, was für ein Rail. Wow, da sind wir mal ziemlich gut durchgekommen, möchte ich behaupten. Cool, neues Level freigeschaltet. Krass, habe ich gerade... Okay, ich habe einfach mal alles im ersten Anlauf gemacht. Gut, kann man mal machen, dann machen wir nochmal mit Level 4 weiter. 60.000 Punkte, 30.000, da kommen. Die Sprühdosen überspringe die Gaps des ersten Geländers. Pusche nur zweimal, Alter. Ich pushe ja gar nicht, so wie es aussieht. Also nur zweimal pushen, dann ist entweder das Level relativ kurz, oder ich muss wirklich immer perfekt landen, was ich gerade nicht mal ansatzweise schaffe. Sag mal... Ich werde doch hier wohl eine Landung hinkriegen. Ich werde doch hier weiter. Okay, wir haben immerhin nur zweimal gepusht. Alter. Aber Punkte wird bitter. Und die Sprühdosen wird, glaube ich, auch ein schön überspringen. Die Gaps des ersten Geländers. Wo ist das denn eigentlich? Die machen jetzt aber nicht den Gap zwischen den ersten beiden Geländern, oder? Ich glaube, hier bin ich erstmal so ein bisschen stuck. Ich meine, da komme ich doch niemals rüber. Und warum ist eigentlich... Gapmark... Ah, Gapmarker sind blau. Sammle Gapmarker, indem du über sie springst. Okay, ich habe es verstanden. Wer lesen kann, ist klar am Vorteil. Okay, das Thema gegessen. Fuck, das wären fast die 30.000 gewesen. Aber immerhin haben wir die 60.000 geholt. Das ist schon mal was. Die 30.000 Punkte kommen. Okay, die geht da. Okay, das war mies. Gebe ich zu. Alter. 130 Punkte? Ernsthaft? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Geht doch. Na, ist ja eigentlich auch egal. Die Sprühdosen. Okay, da muss ich erstmal gucken, wo die waren. Da auf jeden Fall nicht. Aber ich habe es immer noch drin, mit A abspringen zu wollen. Das ist einfach keine gute Idee. Ich habe es immer noch drin, mit A abspringen, mit A abspringen, mit A abspringen. Und warum? Okay. Ist okay. Hauptsache, ich sammle den Gap-Marker dabei ein. Das war das Wichtigste. Okay, eigentlich brauche ich ja gar nicht so ein Hack mitmachen. Man kann hier ja eigentlich mal ganz gediegen runter. So, jetzt. Wie soll ich? Ah, okay. Okay, okay, okay. Oder auch nicht, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das was wird, was ich vorhabe. Aber gucken wir einfach mal. Also es war sehr unterhaltsam, aber nicht das, was ich geplant hatte. Okay, so funktioniert das auf jeden Fall. Dann darf ich da aber nur nicht stürzen. Die Dosen liegen da aber auch scheiße. Wow. Nee, ich bin... Ah, der mit. Wenn man dann auf A springen will. Scheiße. Das hätte so gut gepasst. Nein. A schleckt Feuerwerk. Es, den habe ich doch wohl erst reingelandet. Okay, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich kriege es einfach nicht geschissen, da... Also einfach hirntechnisch nicht geschissen, da direkt nochmal einen Trick zu machen. So, zack. Landen, Trick. Ah, und dann aufs Rail. Okay, und dann muss ich direkt aufs Rail, weil ich sonst total auf die Fresse fliege. Okay. Auch das hätte mir schon mal vorher auffallen können, aber naja. Zack und zack. Und landen. Und Trick und landen. Und Trick und Rail und Rail. Und landen. Und da und da und das mitnehmen. Und die drei mitnehmen und ins Ziel kommen. Yes. Es geht doch. Nächster Level. Punktestand 70.000. Ein 35.000er Combo. Greinde. Greinde am Straßensperrenschild. Sammle alle Sprühdosen. Und 5.000 auf den ersten 200 Metern. Okay. Das wird interessant. Nee, 5.000 auf den ersten paar Metern wird irgendwie relativ einfach. Okay. Da hätte ich jetzt gedacht, passiert ein bisschen mehr. All right. Fuck yo. Das hätte locker der 35.000er werden können, wenn ich den vernünftig gelandet hätte. Das hätte nicht der 35.000er werden können. Den hätte ich aber trotzdem durchaus vernünftig landen können. Yes. Nein. Fuck. Ich dachte, da komme ich noch an das Rail. Schade. Naja, zumindest müsste ich mir um die Combo keine Sorgen mehr machen. Alter, es ist doch nicht warm. Der war doch mal nice. Oh, der war knapp. Das war einfach mal eine 55.000-Punkte-Kombo. Kann man machen. Ihr wollt mich verarschen, oder? Aber nice. 117.000 kann man machen. Die Sprühdosen. Okay, der Rest ist ja jetzt eigentlich auch egal. Da waren irgendwo relativ früh welche. Da durfte ich dann nicht grinden. Das war hier, meine ich, oder? Achso, okay. Ich darf dann einfach nicht aufs zweite Ledge. Alles klar. Also aufs Rail schon, aber nicht aufs Ledge. Geht klar. Rail muss ich auch, weil ich sonst total auf die Fresse fliege. Ah. Okay. Ihr seht mich sichtlich verwirrt. Das war schon eher dumm. Das auch. Ähm. Hey, aber ich hab's ja zumindest schon mal eingesammelt. Das ist doch schon mal viel wert. Ah. Da noch einen Trick machen. Bench. Dran denken. Einen Trick machen. Alter, der war niemals unsauber. Das lief doch. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo der Rest ist. Okay, da hätte ich nicht grinden dürfen. Ich fahr erst noch mal zum Ende, um zu gucken, ob ich noch irgendwo nicht grinden darf. Okay, das wären auch die letzten gewesen. Fuck. Die Stelle finde ich doch jetzt niemals direkt wieder, oder? Ich krieg' einen Föhn, ne? Ich hab' doch da noch einen Trick gemacht. Warum springst du denn nicht ab? Spaß-Nazi, Alter. Nein. Okay. Der ist ja fest. Äh, ich probier's einfach noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Alter. Ey. So, langsam. Ich glaub, ich werd mich niemals an diese Steuerung gewöhnen. Das kleben ist schwer. Boah, fuck. Das ist doch einfach nicht wahr. Ich krieg's hier schon langsam, äh, Anwandlung von Trials Fusion. Ich bin doch da nicht unsau-Alter. Ja, weißt du, weißt du, da drückt man halt so fünf Millimeter von dem Boden A, um sauber zu landen. Und da sagt er, nö, unsauber. War zu spät. Wenn man dann aber so sechs Millimeter von dem Boden drückt, sagt er nur sehr gut. Ist nicht perfekt. Ist nur sehr gut. Also manchmal... Also manchmal... Okay. Da war ich selber dran schuld. Keine Frage. Aber so nach circa 78 Versuchen, hab ich's, glaub ich, halbwegs raus. So, jetzt nur noch ins Ziel kommen. Gut, dass das gar nicht lange gedauert hat. Das ist bestimmt so die Hälfte der Folge oder so. Ah, nee, 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 komm, nicht nochmal. Geh, geh mal weg, geh mal weg. Oh, wir haben den... Ah, guck mal, jetzt kann ich auch gucken. Okay, es gibt 15, 15, 20, 25, 25 Level. Okay, 25 Level ist nicht die Welt. Dazu gibt es aber natürlich nochmal 25 Profi-Level. Und dann, jetzt muss ich hier bei den Spots mal ausgucken. Ah, die Spots gibt's auch in Profi. Okay, ich bin gespannt. Das war schon mal nichts. Wow, 200.000 war mal ganz nice. Damit kommen wir... Ich dachte, damit komme ich hier irgendwie eh in die Rangliste. Warum bin ich da jetzt gestürzt? Okay, das war am Anfang schon Grütze. Ich glaube, hier muss man die Grinds wirklich alle perfekt landen. Zumindest anfangs. Sonst verliert man nämlich massig Speed und hat ruckzuck gelitten. Warum kriege ich denn jetzt hier bitte keinen Rangplatz? Das würde mich mal irgendwie interessieren. Aber ist okay, dann lassen wir das halt. So, jetzt möchte ich hier aber auch nochmal gucken, ob ich hier nicht noch mehr hinkriege. Immerhin. Aber auch da kriegen wir jetzt nichts. Okay, vielleicht hat sich Steam irgendwie ausgeloggt. Keine Ahnung. Ja, soviel zum heutigen Spaß mit... Menüsteuerung ist hakelig. Hallo. Ah, okay. Wir machen nächstes Mal auf jeden Fall auf dem Schrottplatz weiter. Vielleicht treffen wir da auch Justus Jonas und Bob Andrews und Peter Shaw. Wer weiß das schon. Die haben bestimmt gerade wieder einen spannenden Fall. Ich habe jetzt auch einen spannenden Fall. Ich muss nämlich ganz dringend mal vorgehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.